In ihren Träumen haben sie es schon erlebt. Sie gleiten durch die Luft und sehen, was vor ihnen liegt und sind dennoch im perfekten Einklang mit ihrer Umgebung. Es gibt keine Hindernisse, keine Barrieren. Sie sehen sich um und reisen weiter durch die Luft. Erst schnell, dann wieder langsam, aber immer, wohin Sie möchten. So stellen Sie sich die Fortbewegung der Zukunft vor. Diese Art der Fortbewegung können Sie heute erleben. Entdecken Sie den neuen Segway PT. Ein Meilenstein in der Fortbewegung. Ideal geeignet für Ihren persönlichen oder geschäftlichen Gebrauch. Der Segway PT begleitet Sie auf allen Wegen, selbst wenn diese mit dem Auto oder dem Fahrrad unmöglich zu erreichen sind. Zum Beispiel in vielen Bürogebäuden, Geschäften, Fahrstühlen, Flughäfen oder Zügen. Die letzte Innovation, bekannt als Lean-Steer-Technology, lässt Sie den neuen Segway PT instinktiv steuern. Der Segway PT ist einfach zu bedienen. Er steht auf der Stelle und balanciert Sie perfekt aus, wenn Sie auf ihm stehen. Verlagern Sie Ihr Gewicht nach vorne, hinten, links oder rechts und dank der Lean-Steer-Technology gleiten Sie elegant in die jeweilige Richtung. Stets mit der gewünschten Geschwindigkeit, sogar auf verschiedenstem Terrain. Der Segway PT wird schnell zu einer Erweiterung Ihres Körpers. So haben Sie stets den gewünschten Komfort und die Kontrolle, sogar bei Geschwindigkeiten von bis zu 20 km pro Stunde, was einem schnellen Dauerlauf entspricht. Der neue kabellose Info-Key ist gleichzeitig ein Schlüssel, eine Informationszentrale und eine Diebstahlsicherung. Jeder Info-Key ist elektronisch auf Ihren Segway PT geprägt. Im Betrieb werden Informationen über den Ladestand der Batterien, die Geschwindigkeit und den Systemstatus in Echtzeit angezeigt. Um den Segway zu schützen, schalten Sie die Diebstahlsicherung ein. Um Ihnen ein Höchstmaß an Haltbarkeit zu gewähren, wurde der Segway PT in der Entwicklungsphase Dauertests mit Millionen Durchläufen unterzogen. Dazu zählten auch Tausende von Fahrten auf einer Teststrecke. Um zusätzliche Sicherheit und Verlässlichkeit zu garantieren, besitzt der Segway PT redundante Systeme. Die bürstenlosen Motoren des Segway PT sind völlig wartungsfrei. Es gibt kein Öl zu wechseln oder eine Kupplung zu erneuern. Sorgen Sie für geladene Batterien, überprüfen Sie den Reifendruck und los geht's. Fahren Sie 200 Kilometer mit einem Euro Strom. Völlig emissionsfrei und beinahe lautlos. Segway bietet zwei Basismodelle an. Der i2 ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, ganz gleich, ob Sie zur Arbeit pendeln oder Ihre Besorgungen erledigen. Das Design des i2 bietet elegant geschwungene Kurven, wobei hochwertige Materialien und Oberflächen verarbeitet wurden. Eloxiertes Schwarz ist eine widerstandsfähige Oberfläche, welche die Bedürfnisse von Sicherheitskräften, Polizeibeamten und Berufspendlern erfüllt. Glänzendes Weiß ist die stilvolle Alternative. Der i2 legt mit einer Batterieladung bis zu 38 Kilometer zurück. Genug für eine ganze Schicht oder alle Ihre täglichen Wege in der Stadt. Der i2 ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, die den Nutzwert erhöhen und Lösungen für spezielle Anforderungen bieten. Diese beinhalten den i2-Pendler, Polizei und Logistik. Jede perfekt für einen langen Arbeitstag. Der X2 ist robust und stark, aber trotzdem bedächtig und gefühlvoll. Die Reifen mit ihrem tiefen Profil meistern schwierige Oberflächen wie Stein, Gras, Sand oder unbefestigte Wege. Mit einer speziellen Anpassung der Dynamic Stabilization Technology von Segway Inc. und der vergrößerten Spurbreite, um die Stabilität des Fahrers zu maximieren, ist es berauschend, den X2 im Wald, am Strand oder einfach nur in Gelände zu fahren. Hohe Steine oder Unterholz sind durch die hohe Bodenfreiheit kein Problem. Mit einer Batterieladung trägt der X2 seinen Fahrer bis zu 19 Kilometer weit. Praktische Griffe erleichtern das Ein- oder Ausladen des Segway X2, um ihn zu ihrem Offroad-Ziel zu transportieren. Der X2 ist ebenfalls in drei Ausführungen erhältlich. X2-Auto, Polizei und Golf. Ganz gleich, ob Sie die Natur erobern, eine Runde Golf spielen oder ein großes, unzugängliches Gelände patrouillieren. Mit einer der X2-Ausführungen gestalten Sie Ihre Fahrt abseits der Wege praktischer, komfortabler und angenehmer. Gestalten Sie mit einer Auswahl an Lichtern, Tragesystemen, Halterungen und anderem Ihren eigenen Segway PT und machen Sie ihn wirklich persönlich. Verstauen Sie Ihr Gepäck direkt am Segway PT und schützen Sie es vor Wind und Wetter in den neuen abschließbaren Hartschalenkoffern von Givi. Weltweit setzen mehr als 400 Polizeidienststellen und Sicherheitsunternehmen den Segway PT im täglichen Dienst ein. Sicherheitsbeamte auf dem Baltimore-Washington International Flughafen patrouillieren die Terminals mit dem Segway PT, um die Anlage zu sichern und zu überwachen. Von Chicago über Maryland bis Florence und in der ganzen Welt patrouillieren Beamte enge Stadtgebiete mit dem Segway PT und nehmen auf eine positive Art neuen Kontakt mit den Bürgern auf. Beamte sind flexibler, können das dreifache Gebiet abdecken oder verstärkte Präsenz zeigen. Polizeibeamte haben erkannt, dass der Segway PT ideal für den Streifendienst ist. Der X2 Golf ist ein Hole-in-One für Golfspieler und Golfplatzmanager. Ausgestattet mit extrabreiten Turf-Reifen ist er wesentlich schonender für den Golfplatz als ein herkömmliches Golfauto. Kompakt, einfach in der Wartung und emissionsfrei ist er eine effiziente und innovative Alternative, um eine ganz persönliche Runde Golf zu spielen. Der X2 Golf besitzt eine Halterung für Golftaschen und Punktekarten, um Ihnen beim Spiel freie Hand zu geben. Das Beste daran, Sie können 18 Löcher zu viert spielen, wobei jeder direkt zum Ball fährt und seinen Schlag macht. Sparen Sie also Ihre Kondition für das Wesentliche, Ihr Golfspiel. Es ist soweit. Erleben Sie den neuen Segway PT. Jeden Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017